Musik Einen angenehmen Samstagabend. Ja, ganz wenige Stationen sind noch zart im Plus. Eine davon ist Podersdorf am Neusiedlersee mit 2 Grad. Hingegen in St. Jakob im Teffereckental im Augenblick schon minus 15 Grad. Und da geht noch ein bisschen was darunter. Schauen wir uns gleich die Großwetterlage an. Wir haben es heute Nacht mit polarer Kaltluft zu tun, die relativ trocken ist. Das bedeutet, dass eine sternenklare, sehr frostige Nacht auf uns zukommt. Und außerdem, morgen haben wir so ein kleines Zwischenhoch an diesem zweiten Adventssonntag. Aber der Montagsfön wartet bereits draußen auf der iberischen Halbinsel. Schauen wir uns jetzt die Prognose für morgen an. Nebelfelder werden eher die Ausnahme sein. Schon am Vormittag ein Wechselspiel von Sonne und Wolken. Eher mehr Sonne, weniger Wolken. Aber von Westen her trübt es sich rasch ein ab Mittag. Und es beginnt dann zu regnen und zu schneien. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze auf über 1000 Meter hinauf. In der Früh minus 16 bis minus 2, minus 4 Grad. Tagsüber dann plus 2 Grad beispielsweise im Inntal, plus 4 Grad im östlichen Flachland. Und 6 Grad plus immerhin schon im Rheintal. Auf den Bergen oben sehr unterschiedliche Temperaturen. In 2000 Metern beispielsweise sehr, sehr frostig. Auf der Villacher Alpe mit minus 10 Grad. Mit dem Wind wird sich das morgen wie minus 20 Grad anfühlen. Am Adlberg minus 6 Grad, sonst auch minus 6 Grad. Aber da wird das Wetter zusehends stürmischer und unbeständiger. Der Montag steht ganz im Zeichen des Föhns. Es wird sehr stürmisch. Ergiebigen Regen gibt es im Süden. Und die Temperaturen steigen über die 10-Grad-Marke hinauf. Wir erwarten in den Föhnregionen bis zu 15 Grad plus. Am Dienstag dann gehen die Temperaturen wieder markant zurück. Entlang der Alpen-Nordseite beginnt es wieder zu schneien. Ja und das wäre es dann eigentlich schon. Vom 15-Tage-Trend her kann man dieses kurze Auflackern sehr gut erkennen. Der Föhn am Montag und am Dienstag. Und dann der Rest der Woche sieht schon wieder etwas kühler aus. Aber für die Jahreszeit doch ein bisschen zu mild. Schönen Abend. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017